Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 577 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für heute ist Schluss mit dem Lesen von Büchern. Jetzt beginnt meine Freizeit und ich treffe mich mit meinen Freunden. Für heute ist Schluss mit dem Lesen von Büchern. Jetzt beginnt meine Freizeit und ich treffe mich mit meinen Freunden. Für heute ist Schluss mit dem Lesen von Büchern. Jetzt beginnt meine Freizeit und ich treffe mich mit meinen Freunden. Ich bereite mich auf einen Arbeitstag im Callcenter vor. Ich habe meine Prüfungsergebnisse erhalten und weiß jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich habe meine Prüfungsergebnisse erhalten und weiß jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich habe meine Prüfungsergebnisse erhalten und weiß jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Meine Tochter hat heute ihr erstes Kind bekommen und ich bin so froh, dass es ihr und dem Baby gut geht. Meine Tochter hat heute ihr erstes Kind bekommen und ich bin so froh, dass es ihr und dem Baby gut geht. Meine Tochter hat heute ihr erstes Kind bekommen und ich bin so froh, dass es ihr und dem Baby gut geht. Mein neues Buch steht bereits auf der Bestsellerliste. Meine Enkelinnen kommen gerne zu mir nach Hause. Meine Enkelinnen kommen gerne zu mir nach Hause. Ich habe ein großes Spielzimmer für die beiden Mädchen eingerichtet. Wir sind Chirurgen in der Notaufnahme des Krankenhauses und machen dort oft zwei Schichten hintereinander. Ich bin so glücklich. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich bin so glücklich. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich muss länger im Krankenhaus bleiben als zunächst gedacht. Die Ärzte wollen meinen Gesundheitszustand weiter beobachten. Ich muss länger im Krankenhaus bleiben als zunächst gedacht. Die Ärzte wollen meinen Gesundheitszustand weiter beobachten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Ich wandere gerne gemeinsam mit meinem Hund in den Bergen. Unsere Haut kann ihre natürliche Schutzfunktion erst durch genügend Flüssigkeit ganz entfalten. Abends sitze ich gerne auf unserem gemütlichen Sofa und lese ein Buch. Im Unterkiefer fehlen zwei Zähne. Das sieht nicht gut aus. Ich traue mich nicht mehr vor die Tür. Im Unterkiefer fehlen zwei Zähne. Das sieht nicht gut aus. Ich traue mich nicht mehr vor die Tür. Im Unterkiefer fehlen zwei Zähne. Das sieht nicht gut aus. Ich traue mich nicht mehr vor die Tür. Ist meine Haut glatt genug? Soll ich ein neues Gesichtspflegeprodukt verwenden? Ist meine Haut glatt genug? Ich traue mich nicht mehr vor. Ich traue mich nicht mehr vor die Tür. In ein paar Monaten werde ich einen kleinen Bruder haben. Ich freue mich schon heute darauf. Rainer spielt Gitarre. Manchmal singt er auch Texte, die er selbst geschrieben hat. Er würde gerne in einer Band spielen. Rainer spielt Gitarre. Manchmal singt er auch Texte, die er selbst geschrieben hat. Er würde gerne in einer Band spielen. Rainer spielt Gitarre. Manchmal singt er auch Texte, die er selbst geschrieben hat. Er würde gerne in einer Band spielen. Sportler sollten nicht nur unmittelbar vor dem Training, sondern auch über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Sportler sollten nicht nur unmittelbar vor dem Training, sondern auch über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Tre Welcher Gel차� Myr Richter Du hastıyoruz aber nicht so über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit zu stampfen. Und kann man Thäikk Dann auch schon vor dem Training schlafen Flüssig das, was Cole gemacht wurde. An iPhones riages mit Ch alarming Ich sag